Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge C4 und wie ihr seht mit Webcam sogar. Ja, ich freue mich selber, die ist letzte Woche oder diese Woche angekommen, ne letzte Woche sogar. Ich muss mich ja ungewöhnen, ist halt noch für mich ein bisschen neu, so gesagt, in Webcam zu schauen und euch mit euch anzugucken, ja, weiß Bescheid. Und ja, ich bin nicht nervös, aber halt ungewohnt noch, wie gesagt, ist schon noch so ungewohnt, da ich sonst immer nur per Skype unterhalten habe und diesmal mit mehreren Leuten, die mich sehen. Ich hoffe, dass es alles klappt mit der Zurechtstellung von der Webcam, ansonsten könnt ihr mir sagen, ob das zu groß ist oder zu klein, aber ich muss mir kurz noch kratzen, was los geht hier. Weil ich habe jetzt oben rechts hingepackt, ich weiß nicht, ob das jetzt passt oder sowas. Können wir scheiß sagen. Aber ansonsten, wenn wir sagen, los geht's hier, ne. Erstmal der wunderschöne, vorbildliche Ladebildschirm, der lässt sich nämlich immer Zeit. Ladebildschirm, ey. Warum, warum, ich kenne mir auch Farb, meine Haare, sonst. Leicht, äh, für dich, ich will euch nicht schmutzig aussehen zeigen. Was gut Deutsch? Oh, keine Ahnung. Ist egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja. Wo, ach, wir sind hier gewesen. Haben wir die Quests abgeben? Ach, wie, wir haben neue Quests gerichtet, ne, stimmt, ja. Bisschen Feilenbrüche, macht aber nichts, weil ich ja zwei Sachen jetzt aufnehme. Äh, äh, äh. Und ich habe auch mein PC auch schon ein paar Tage an. Ich will hoffen, dass es für euch nicht so dreckig aussieht gerade. Warte. Optionen. Ich habe mich kurz kratzen, aber es sucht mich halt. Vier Textflug für den Drehenden. Schattenkolle Drehenden. Nochmal. Was gucken. Sicht für 510 nach dem Wissen. 595 machen wir, ey. Die Mistkerle haben mich aufgegeben. Und wenn es vollbracht wird, seid gegrüßt. Mein Metallmann kann nicht sprechen. Ja, ja. Einer meiner Dreckskollegen, Ja, wer hat da schon ein Lesbegrüßt, äh. Genau, das hatte ich letztes Mal schon vorgelesen. Ähm, das habe ich gesagt, das machen wir nächsten Part, das machen wir auch mal. Nicht wundern. Äh. Weil ich erzähle. Deswegen zöger ich. Äh, nicht wundern, welcher Absatz man da hinschaue, aber dass man zwei Bildschirme und ich muss gucken, ob noch Aufnahmen läuft. Wo man... Die Dings da, von meinem Webcam. Es ist ganz einfach. Mein Metallmann braucht euch. Relax. Okay. Rex, take it easy. Ich muss erzählen. Ähm. Aber ich kann auch nicht mal erzählen, ich kann auch annehmen. Wir beide werden zusammen Großes vollbringen. Ja, ja. Großes. Die Wache hat diesen dummen Dieb verhaftet. Sucht bei den Wachtürmen und Galden nach dem Kielkopf. Ich weiß, wo es ist, weil es mir öfter angezeigt wird. Genau, weil es mir angezeigt wird. Es ist auch echt so. Da wird immer was angezeigt, wo ich hier muss. Das ist genau, da wird immer so ein kleines Pünktchen angezeigt und man muss sich genau da hinlaufen. Das ist immer so. Das hat jeder von euch. Ihr auch, oder? Äh. Äh. Hör auf zu ruckeln. Ich weiß nicht, war ich jetzt noch hier alleine? Ach ja, hier kann ich noch laufen. Ich bin so gut wie gar nicht da. Das verarschliche, ey. Oh. Ich würde eventuell erstmal für das erste hier hinten gehen. Äh, hinten. Hier, hier, hier. Alter, woher ist es mich gerade heftig? Äh, weil ich Kipio auf habe. Muss ich mich aufwenden zu kratzen. Jetzt muss ich mal Licht an denken. Ah, jetzt. Ausreden wo ich schon los habe. Kommt jetzt, ne? Ach komm, dann nämlich kurz mal ein Stück. Was, hä? Brust. Schön gesund, das weiß er. Und vorhin, ich muss es ja auch. So, Zeit. Peace. Ich brauche eine Pause. Ja, vier Tage noch. Wäre ich jetzt welchen Tag noch mal Sonntag? Ach, keine Ahnung. Geil, was gucken. Wenn ich vorhin nicht kurz was an Bad muss. Ja, Sonntag haben wir. Cool. Dann. Ich lasse es für euch auswandern, weil ich jetzt heute aufnehme. Äh, ich muss es noch schnell hochladen, ohne Render noch. Denn ich hatte irgendwie keine Lust, die Zeit irgendwie aufzunehmen. Aber ich habe es nicht. Und jetzt, wenn ich heute hier wirklich gewohnt habe, ist es so. Ja, ich schätze nicht. Ich mach mich mal raus. Ach, weiß ich nicht. nur kurz vorbeischauen was okay danke haben darf man nicht essen warum nicht das bringt über dem feuer geröstet schmeckt unglück gar nicht so übel ja okay der hessischen gruppe herr bevor schon muss er ganz kaputt aufs auch ähm windweg gemerkt Prozent Prozent der 5 und um eine Ruder und Prozent erhaltend was ich beteiligen ist auch doch nicht nur die ersten auch ganz gut eine hohe ich finde ich so was mache ich meine ich möchte schütteln fast es ist nicht kalt ja welche Fenster auf ich habe das sind volle gerade hier man 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 das Fenster ja nö ähm nicht was da liegt was äh 7 8 auf 8 war die Nummer das seil das bildest du dir ein sie existiert nicht vor einer sekunde war sie noch da sie weint immer aber ich sehe keine tränen creepy ach genau dieses mittelalter oder mittelalter vor mittelalter da gab es entweder so geister auch mal geisterscheinungen heute weiß man dass damit aber nicht nur ob das fake ist oder echt ist muss man halt echt dabei sein damit man sagen kann ich habe mich gerade leicht vor der allerdings erschrocken muss ich mal lassen noch was wir naja wie sie sagt zack und zack die jahr nach dem poten potter und die ich und ihre hallo musste die meisten sagen sterben danach kann ich bis jetzt nur ich krieg den Tauk, wenn ich mir sowas erzählt ey oh alter boah es ist früh am Morgen ey, ich fühl mich hoffen, dass mein Mutter gleich reinkommt kein Bock erstens sie würde die Aufnahme stören und zweitens würde die Aufnahme stören ja, aber ich müsste dann halt einen Cut machen und dann weiß ich nicht, kein Bock drauf vor allem wenn das eine Zwischensequenz ist, dann kann ich halt nicht so einen Cut machen, muss ich ja laufen lassen und da ich ja die Autospüren nicht per Autocity Aufnehmer, das heißt ich kann mich ich kann sie nicht mal stumm stellen boah kann ich auch finden neuner nehmen wir schon auf, ok, meine Webcam kann mittlerweile auch mal was aufnehmen, länger eine Sekunde war sie noch da sie weint immer ich sehe keine Tränen ja, ich sehe keine Tränen das stimmt, weil du sie einbildest ich weiß nicht, dass ich eine Dame aus Oridale die es durch meine Zehn nicht mehr zu lassen ach man hm ich weiß nicht nur für diesen eine meiner Zähne wackelt ja, kann ich auch das ist eine kleine Frisse das ist eine kleine Frisse da wackelt ein Fall noch mehr ähh wo muss ich es hin ach, ich muss da ooooh ooooh weißt du was leck mich hoi da ich bekenne sie aber egal was da das fahrrad nur ich muss immer wiederholt sich tausendmal am stück warum ich eigentlich oben hin kann ohne spaß ich wollte eigentlich hier unten irgendwo hin egal und ich sehe hier hin ich verstehe mich aber nicht wo komme ich hier hin irgendwo hin ich hab keine Ahnung wo ich habe keine Ahnung wo ich kann wunderbar nutzen hinter euch ich bin nicht da ich bin nicht da da siehst du sie nicht da siehst du sie nicht ich bin nicht da Guter Fund Ja, guter Fund, macht gleich eine Falle erstmal aus Und warum zum Teufel steht hier? Egal, ich frag nicht Wir waren an Knopf und da können wir einen Fall aus machen Das war schwer, dass wir das man entdeckt haben Boah, es kommt die weh, die alte Olli Ja, passiert schon mal Der einzige Ort, an dem wir uns begegnen, ist die Geil Und seit wie du stehst, ich fühle mich nicht sicherer Ich glaube, wir haben gerade einen To-Komb-Komb-Komb-Komb-Komb So, wir wollen auch mal hier rein, ne? Ach so, das geht, glaube ich, immer unter der Unter den Streit hier durch Ob es das eigentlich früher wirklich gab So Geheimgänge Ich glaube, ich eher weniger, aber egal Oh, hi Geheimgänge Tue ich ja Ach so, Breckerfälle Nachdem wir letztens, letzten paar, paar vergeben haben Okay, das lag ein bisschen mies Leuchtbombe, Mond, Nahrung Macht euch fort Kann ich auch noch nicht verkaufen, oder kann ich noch so was kaufen? Dressen, okay So, okay, ich kann hier auch noch verkaufen Das ist nichts wie weg Hallo? Wo mich sie weg Ich bin Dieb, ich bin Ich bin Dieb, aber kann leider auch gehen Geil Ach, ich kann man ja Guttetik Was Und Bitz Hallo? To see me? Hallo Hallo Karl Biss, er geht, ist er ganz wundig Oh man, ey Äh äh hätte mir nicht mehr gleich sagen können was der war doch verarschen so wir kommen dann in die Folge jetzt an Ende zu ehm ja, ne ich werde dann in-game gleich hier einen Cut machen und ein ja so, und zwar genau hier speichern da 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 und dann drückst du das Hot-Menü und ja dann einmal Aufnahme beenden hier mit dem Aufnahme und dann würde ich sagen, siehst ihr jetzt nur noch mal eine Pacecam, also mein Gesicht und ich würde dann sagen, wenn nicht der Part gefallen hat, lasst eine Poste zu sehen werden wenn halt nicht dann halt nicht ähm und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und schreibt in die Kommentare, ob dir die Webcam gefällt oder ob ich da etwas verbessern soll eine Webcam wir sind synchronisiert, aber auch nicht zu meckern da habe ich da schon alles äh tschüss tschüss